Keine Chance für Bakterien und Keime Von der ursprünglichen Studie bis zur Serienproduktion sind die neuen Schlitten im Hygienic Design absolut saubere Systeme, die mit FDA- und EU-konformen Materialien gefertigt werden. Diese Schlitten sind angelehnt zu Anschlussmaßen von Kugelumlaufführungen und eignen sich hervorragend für effiziente Reinigungsprozesse. Die Vollkunststoffschlitten sind speziell für horizontale als auch Überkopfeinbaulagen gemäß Hygienic Design Richtlinien konzipiert worden. Die besondere Geometrie der Ablaufschrägen ermöglicht einen variablen Einsatz des Schlittens und gewährleistet jederzeit eine einfache Reinigung und reduziert hierdurch die Bildung von Bakterien und Keimen.